In diesem Video zeige ich dir die 10 häufigsten Gewohnheiten, die dich extrem davon abhalten, erfolgreich zu werden. Anders gesagt, eliminierst du diese Gewohnheiten nicht aus deinem Leben, dann wirst du niemals über ein gewisses Erfolgslevel hinauskommen. Viele Menschen denken ja, Erfolg wäre etwas, das Leute durch viel Glück, durch Zufall, durch günstige Umstände, durch in Anführungsstrichen Talent erlangt haben oder sogar in Form von Geld direkt von ihren Eltern geerbt haben. Doch diese Aussagen sind nur Ausreden, denn sonst müssten sie sich ja eingestehen, dass auch sie erfolgreich sein könnten, wenn sie bereit wären, die Dinge dafür zu tun, die notwendig sind. Menschen, die sich auf dem Weg zu ihren Zielen befinden, hingegen fragen sich immer und immer wieder, was erfolgreiche Menschen anders machen oder anders gemacht haben, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, die manchmal schmerzhafte Frage, die wir uns stellen müssen, ist, habe ich die Gewohnheiten einer erfolgreichen Person? Wenn du die gleichen Denkgewohnheiten und Handlungsgewohnheiten wie ein Millionär hast, dann wirst du früher oder später massiv erfolgreich sein. Das steht außer Frage. Mit der richtigen inneren Einstellung und den richtigen Gewohnheiten kann jeder erfolgreich werden. Die äußeren Umstände machen in der Regel maximal 20% des Erfolgs aus, wenn überhaupt. Du musst mit jeder Zeile deines Körpers zu einer Person werden, die sich Erfolg verdient hat. Doch um uns Erfolgsgewohnheiten anzueignen, die uns automatisch zum Erfolg bringen, müssen wir uns erst einmal anschauen, welche Gewohnheiten wir zuerst loswerden müssen, bevor wir die Zeit und Energie haben, um neue Dinge zu lernen. Denn wenn der Tag und unsere Gedanken schon voll sind, geht nichts mehr Neues rein, bevor wir andere Dinge rausgeschmissen haben. Also, lass uns loslegen. Die erste Gewohnheit, die deinen Erfolg massiv sabotiert, ist es, anderen oder auch äußeren Umstände die Schuld für deine Ergebnisse und dein Leben zu geben. Das habe ich im Intro schon anklingen lassen. Solange wir äußeren Umständen oder anderen Personen die Schuld für unsere Situation geben, können wir auch nichts daran ändern. Wir geben äußeren Umständen oder Personen damit die Macht über unser Leben. Sicher gibt es Umstände, die schwer zu handhaben sind und jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aber es ist nie das, was dir passiert, das über dein Leben entscheidet, sondern wie du darauf reagierst. Du möchtest Geld verdienen? Dann übernimm dafür die volle Verantwortung. Du möchtest Erfolgsgewohnheiten aufbauen? Dann übernimm dafür die volle Verantwortung. Du möchtest gesünder und glücklicher werden? Auch dafür musst du die Verantwortung übernehmen. Egal wie plausibel deine Gründe und Ausreden sind, sie bringen dich keinen Schritt weiter. Wenn du also die Kontrolle über dein Leben gewinnen willst und endlich durchstarten willst, dann musst du auch die volle Verantwortung dafür übernehmen. Die zweite, extrem weit verbreitete und sehr schädliche Gewohnheit ist es, Informationen aufzunehmen, ohne sie dann umzusetzen. Das gilt auch für dieses Video. Aus jedem Video von mir solltest du dir sofort Schritte überlegen, wie du das Gelernte direkt in die Praxis umsetzen kannst. Denn sonst hast du nichts gewonnen, außer dich kurz gut zu fühlen, weil du etwas Motivation getankt hast. Nutze die Motivation, um wirklich was zu verändern. Und der beste Zeitpunkt dafür ist es direkt nach dem Video. Denn dann ist deine Motivation noch am größten. Erfolg entsteht nicht durch theoretisches Wissen, sondern durch angewandtes Wissen. Wissen alleine ist heutzutage nichts mehr wert, wenn du es nicht umsetzt. Genauso wie Ideen heutzutage wertlos sind, wenn sie nicht richtig umgesetzt werden. Wissen ist heutzutage nahezu unbegrenzt vorhanden. Die hohe Kunst im 21. Jahrhundert liegt also darin, Wissen schnell und effizient in der Praxis zu implementieren. Die dritte Gewohnheit, die dich von Erfolg abhalten wird, ist es, deine Versprechen nicht einzuhalten. Integrität ist eines der größten Zeichen für einen starken Charakter und gleichzeitig ein unglaublich wichtiger Faktor, wenn es darum geht, massives Selbstvertrauen und ein starkes Selbstwertgefühl aufzubauen. Denn wenn wir unsere Versprechen nicht einhalten, egal ob gegenüber anderen oder uns selbst, dann können wir es oberflächlich gesehen vielleicht verdrängen. Aber unterbewusst wissen wir immer, dass wir nicht zu unserem Wort gestanden sind. Und damit senken wir unser Selbstvertrauen. Denn wir können weniger auf unser eigenes Wort, auf uns selbst, vertrauen. Außerdem sinkt gleichzeitig dein Vertrauen auch gegenüber anderen Menschen und du wirst weniger Kunden anziehen, deine Beziehung entschädigen oder bestehende Kunden und Geschäftspartner verlieren ihr Vertrauen dir gegenüber. Erfolgreiche Menschen haben ein enormes Selbstvertrauen, denn wenn sie wissen, dass sie etwas machen wollen, dann machen sie es auch. Wenn sie sich zu Dingen verpflichten, dann ziehen sie sie auch durch. Das ist die Kraft von Integrität. Die vierte schlechte Gewohnheit ist es, nur über Ziele sprechen, anstatt sie tatsächlich anzugehen. Viele neigen dazu, groß zu träumen, aber diese Träume niemals wirklich anzugehen. Und gerade heute, in Zeiten von Social Media, schreibt jeder in seinen Feed, wie erfolgreich er ist und was er noch alles machen will. Alle sind Unternehmer, Hustler und Visionäre. Aber wer zieht das schon wirklich durch? Wir sehen zwar die Leute, die es wirklich schaffen, aber wie groß ist die Dunkelziffer der Leute, die mal große Dinge angekündigt haben und später nie wieder ein Wort darüber verloren haben? Erfahrungsgemäß ziemlich groß. Ja, erfolgreiche Menschen träumen auch, aber gleichzeitig fragen sie sich, wie sie es sofort in die Tat umsetzen können. Sie setzen sich Ziele als Schritte in die Richtung ihrer Träume und gehen sie auch direkt an. Sie holen sich Trainings, Coachings und Bücher und alles, was sie brauchen, um sich die Fähigkeiten und Gewohnheiten aufzubauen, die sie dorthin bringen. Ja, es kann Sinn machen, sich öffentlich zu verpflichten, um es eher durchzuziehen. Aber das solltest du nur bei den Dingen machen, bei denen du dir 100% sicher bist, dass du sie durchziehen willst. Mach es nicht, um Bestätigung von anderen zu bekommen, wie toll sich dein Traum anhört. Wir müssen das Ziel erst einmal erreichen, bevor wir uns dafür Anerkennung holen sollten. Grundsätzlich stehe ich viel mehr hinter der Devise, arbeite im Stillen und lass den Erfolg für dich sprechen. Ein weiterer Fehler, der dazu führt, dass du nicht schneller vorankommst, ist, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast. Also schnell den Abo-Button klicken und dann geht es auch schon weiter. Nummer 5 lautet, auf den richtigen Moment warten. Erfolgreiche Menschen warten nicht auf den richtigen Moment. Sie erschaffen den Moment dadurch, dass sie einfach loslegen. Du wirst dich nie dafür bereit fühlen, die Dinge zu tun, die du noch nie getan hast. Wenn du also auf den perfekten Zeitpunkt wartest, dann wirst du den richtigen Moment verpassen und mit der Zeit immer mehr die Motivation verlieren, die du jetzt nutzen könntest, um loszulegen. Du musst also nur einen Schritt wagen. Nicht umsonst sagen viele Schriftsteller und Unternehmer, dass wenn uns unser erstes Business, unser erstes Buch oder unser erster Versuch, unser eigenes Ding zu machen, uns nicht zumindest ein wenig beschämt, dann haben wir zu spät gestartet. Und ausnahmslos alle erfolgreichen Unternehmer vertreten die Meinung, dass sie noch viel früher hätten starten können. Leute, die auf den richtigen Moment warten, um zu starten, müssen unbedingt lernen loszulegen, auch wenn sie sich nicht danach fühlen. Denn sonst werden sie nicht über ein Level des Erfolgs außerhalb ihrer jetzigen Komfortzone hinauskommen. Das Leben beginnt außerhalb unserer Komfortzone, denn dort befinden sich auch neue Möglichkeiten, Reichtum und alles, was du dir wünschst. Die sechste extrem negative Gewohnheit ist es, Dinge aufzuschieben. Erfolgreiche Menschen haben es gelernt, keine wichtigen Dinge mehr aufzuschieben, sondern sie stets direkt anzugehen, wenn sie sich gesagt haben, dass sie sie erledigen. Prokrastination ist eigentlich ein ziemlich lustiges Phänomen. Wir arbeiten dabei nicht an den Dingen, die uns wichtig sind, weil es sich im Moment gut anfühlt, es nicht zu tun, und dafür nehmen wir in Kauf, dass wir uns danach schlecht fühlen, weil wir es nicht getan haben. Das heißt, entweder wir erleben sozusagen den Schmerz, den uns die Überwindung und Anstrengung abfordert, oder wir erleben den Schmerz der Reue, wenn wir unserem Wort nicht treu geblieben sind. Kennst du das Gefühl, den ganzen Tag im Büro zu sein und zu arbeiten, nur um am Ende des Tages zu realisieren, dass du eigentlich den ganzen Tag mit unwichtigen Dingen verschwendet hast? Wenn wir uns vorstellen, wie wir eine bestimmte Aufgabe angehen, fühlen wir uns noch gut dabei. Aber meistens schaffen wir nicht den Schritt, sie dann tatsächlich umzusetzen, weil sich das dann unangenehm anfühlt. Aber umso mehr wir in die Umsetzung kommen, umso mehr wir handeln, umso mehr wir es zur Gewohnheit machen, Prokrastination zu besiegen, desto erfolgreicher werden wir. Und zwar exponentiell. Das beste Mittel gegen Aufschieben ist es, zu lernen, Gewohnheiten aufzubauen. Wenn du dir Schlüsselgewohnheiten aufbaust, durch die du in die Umsetzung kommst, baust du immer mehr Geschwindigkeit und Momentum auf. Dadurch wird es immer leichter für dich, Hindernisse zu überwinden und Aufgaben zu erledigen. Die siebte Gewohnheit, die deinem Erfolg das Genick brechen wird, ist es, ständig an dir selbst zu zweifeln. Achtung, Selbstzweifel kommen jeden Menschen in den Kopf. Das Wichtigste ist aber, wie du mit ihnen umgehst, wenn sie auftauchen. Wie wir im Inneren mit uns selbst sprechen, ist extrem wichtig für unseren Erfolg, denn viele neigen dazu, sich selbst zu verurteilen oder fertig zu machen, statt sich zu ermutigen. Wenn du jetzt noch nicht so erfolgreich bist, wie du gerne möchtest, dann verlierst du wahrscheinlich mehr Zeit damit, nicht an dich zu glauben, als an dich zu glauben. Und das ist ein riesiger Fehler. Selbstzweifel führen zu Angst und Angst hält uns davon ab, in die Umsetzung zu kommen. Egal, um was es geht. Du musst zu deinem größten Fan werden und mit dir selbst so sprechen, wie mit deinem größten Idol. Das heißt nicht, dass alles nur noch super positiv und Friede, Freude, Eierkuchen sein muss. Aber die Gedanken, die du über dich selbst hast, müssen immer konstruktiv sein, auch wenn du mal Klartext sprichst. Klar gibt es Dinge, die du noch an dir verbessern musst, aber dir muss klar sein, dass deine Persönlichkeit formbar ist und du jede notwendige Fähigkeit für Erfolg erlernen kannst. Es ist also vollkommen egal, wo du heute stehst und wer du bist, sondern es zählt nur, wo du dich hinentwickelst. Die achte Gewohnheit, die nicht nur deinen Erfolg sabotiert, sondern dich auch noch massiv unglücklich macht, ist es, dich permanent mit anderen zu vergleichen. Wie oft scrollst du durch dein Instagram, Facebook oder YouTube und es macht irgendwie den Anschein, als hätte jeder ein tolleres Leben als du. Das, was du verstehen musst, ist, dass das meiste davon einfach nur eine Fassade ist. Natürlich zeigen 99% der Menschen nur die besten Seiten aus ihrem Leben in den sozialen Medien und nicht, wenn sie zu Hause sind, gerade einsam eine Serie nach der anderen ansehen und dabei Junkfood in sich reinstopfen. Dich mit anderen zu vergleichen macht einfach nie Sinn. Wenn du mit einer Gruppe 80-Jähriger joggen gehst, wirst du zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit schneller sein als die Gruppe, aber das gibt keinerlei Rückschluss über deine Fähigkeiten. Umgekehrt wirst du, wenn du mit Olympiateilnehmern läufst, der mit Abstand letzte sein, auch wenn du möglicherweise deutlich schneller rennst als im ersten Szenario. Sich mit anderen zu vergleichen sorgt also in der Regel nur dafür, dass man sich nicht weiterentwickelt oder sich extrem schlecht fühlt. Vergleiche dich lieber mit der Person, die du gestern warst. Erkenne deine Erfolge an und du wirst merken, dass du nicht nur erfolgreicher wirst, sondern auch den Selbstvertrauen durch die Decke schießt. Und Punkt Nummer 9 ist, nicht auf dich, deine Fitness und deine Gesundheit zu achten. Das ist unglaublich wichtig. Wir können zwar zu einem gewissen Grad erfolgreich werden, wenn wir eine Zeit lang nicht so sehr auf unsere Gesundheit achten, aber das wird sich später immer rächen. Irgendwann haben wir einfach nicht mehr die Energie, um die wirklich wichtigen Dinge zu erledigen. Wir werden krank, wir erfahren einen Burnout oder wir fühlen uns einfach nicht mehr wohl in unserer Haut. Und was ist all der Erfolg wert, wenn wir uns selbst nicht mehr gerne im Spiegel anschauen oder jeden Tag aufwachen und am liebsten gleich nochmal 8 Stunden schlafen würden. Ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass jeder von uns in der Lage ist, sich Zeit für Sport zu nehmen in den 24 Stunden am Tag, die jeder von uns zur Verfügung hat. Du wirst merken, wie extrem positiv sich Sport auf deinem Business auswirkt. Schau dir dazu gerne mein Video an, wie Sport dich erfolgreicher macht. Zeit bei deiner Gesundheit zu sparen ist, wie im Winter in die Hose zu pinkeln, damit es warm wird. Es macht einfach keinen Sinn. Die letzte Gewohnheit, also Gewohnheit Nummer 10, aber heutzutage eine der Gewohnheiten, die dafür sorgen, dass immer weniger Menschen ihr persönliches Traumleben aufbauen, ist es, dich permanent ablenken zu lassen. Instagram, Facebook, WhatsApp, E-Mails, Benachrichtigungen, YouTube, Netflix, Fernsehen, Alkohol und und und. Die Liste lässt sich lange weiterführen. Wenn wir kein konkretes System haben, um diese Ablenkungen gezielt zu vermeiden, werden wir uns regelmäßig auf allen möglichen Plattformen oder mit diversen Zeitfressern wiederfinden, um dann festzustellen, dass wir schon wieder eine Stunde verschwendet haben, obwohl wir nur 5 Minuten kurz reinschauen wollten. Aus diesem Grund verbringen wir viel zu viel Zeit im Internet mit unproduktiven Dingen, die uns unseren Zielen keinen Schritt näher bringen und uns sogar eher dazu bringen, uns schlecht zu fühlen. Wir vergleichen uns, wir fühlen uns schuldig, weil wir Zeit verschwendet haben und wir bauen uns die Gewohnheit auf, unfokussiert und unkonzentriert zu arbeiten. Es gibt viele Strategien und Methoden, um fokussierter zu werden und Ablenkungen zu vermeiden. Wichtig ist dabei, dass du ein System findest, das für dich persönlich praktikabel ist und du es dann tatsächlich durchziehst. Gerade digitale Ablenkungen lassen sich sehr leicht mit technischen Hilfsmitteln eliminieren. Wenn du selbstständig bist oder Unternehmer und wenn du lernen willst, wie du deine negativen Gewohnheiten los wirst und dir stattdessen die Gewohnheiten aufbaust, die dich und dein Business automatisch noch erfolgreicher machen werden, sodass du mehr Geld verdienst und gleichzeitig glücklicher und gesünder wirst, dann bewirb dich jetzt für eine kostenlose Strategiesession mit mir. In dieser Strategiesession entwickeln wir gemeinsam einen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du dir ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufbaust und auf die nächste Stufe des Erfolgs kommst. Klick jetzt auf die Endcard oder auf den Link in der Videobeschreibung und bewirb dich für eine kostenlose Strategiesession. Klick jetzt auf die Endcard oder auf die Endcard oder auf die Endcard oder auf die Vielen Dank.